Musst du auch längere Zeit am Computer arbeiten? Deswegen fühlen dich deine Schultern-Nacken-Partie richtig verspannt an? In diesem Video zeige ich dir ein Übungsprogramm von 5 Minuten, um deine Verspannung wieder zu lösen. Mein Name ist Wisna Stief vom Kanal Bewegungsumfang und wir legen los mit unserem 5 Minuten Übungsprogramm. Das Problem von einem Arbeiten am PC ist, dass man häufig mit dem Kopf zu weit nach vorne kommt, die Schulterblätter kommen nach vorne. Und wir legen los mit der ersten Übung. Du setzt dich aufrecht hin und bewegst erstmal deine Schulterblätter ganz weit nach hinten. Versuchst aufrecht zu bleiben und bringst die Schulterblätter nach hinten zehnmal. Und jetzt bringst du dich hoch Richtung Ohr und nach hinten wieder zurück. Hoch Richtung Ohr und nach hinten wieder zurück. Und nochmal hoch und dann wieder zurück. Und das vierte Mal und nach hinten zurück. Und nochmal hoch. Fünf Und sechs Und nochmal richtig hoch und richtig nach hinten. Und nochmal zwei. Und das letzte hoch und nach hinten zurück. Und jetzt als nächstes werden wir die hinteren Nackenmuskulatur dehnen. Du umgreifst deine Hände hinten im Kopf und bringst es vorwärts. Versuch mal, dass dein Kinn auf den Brustkorb kommt, aber deine Brustwirbelsäule, die bleibt gerade. Halt in der Position. 20 Sekunden. Und zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Eins Zwei Zwei Und wieder langsam hoch. Und als nächstes versuchst du jetzt, dein Doppelkinn zu machen. Das heißt, du bewegst deinen Kopf nach hinten. Und wieder zurück. Bringst deinen Kopf nach hinten und wieder zurück. Zwei Und drei Und vier Und nochmal nach hinten. Fünf Und sechs Und sieben Acht Neun Und zehn Und jetzt wieder die Hände hinter dem Nacken verschränken und du ziehst deinen Kopf ganz weit nach vorne. Dein Kinn soll Richtung Brustkorb bewegt werden. Und du bleibst in dieser Position für nochmal 20 Sekunden. Und zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Und langsam wieder hoch. Und nochmal Dein Brustwirbelsäule bleibt ganz gerade und du bewegst jetzt deinen Kopf wieder nach hinten, dass du ein Doppelkinn machst. Eins Und zwei Drei Vier Fünf Und sechs Und sechs Sieben Acht Neun Und zehn Für die nächste Übung Gehst du jetzt mit deiner linken Hand und greifst unter deiner Sitzfläche. Wichtig ist, dass du da den Widerstand hältst. Deine Hand Greift Und du bringst jetzt deinen Kopf in die Gegenrichtung. Wenn du willst, kannst du es noch ein bisschen intensivieren, indem du mit der anderen Hand deinen Kopf weiter nach unten ziehst. Und weiter deiner Hand nach unten bringst, dass du den Widerstand hast. Und du bleibst jetzt in dieser Position für noch weiter zehn Sekunden. Halten Und noch ein bisschen Die Dehnung fühlt sich ganz intensiv an Und fünf Vier Drei Zwei Und eins Zurück Und nochmal Du greifst unter deiner Sitzfläche, versuchst jetzt deinen Arm wirklich lang zu machen. Nach unten hast du da jetzt den Widerstand und neigst deinen Kopf in die Gegenrichtung. Du kannst es noch intensivieren, indem du mit der anderen Hand deine Nacken weiter in der Seiteneigung in die andere Richtung bringst. Und nochmal 20 Sekunden halten. Und das war unser kurz und knackigen Übungsprogramm zur Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur am PC. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue mich auf einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.